Schon wieder dramatische Szenen in Köln. Diesmal wurden fast 50 Schüsse aus einem Maschinengewehr, angeblich vielleicht sogar einer Kalaschnikow, auf ein Uhrengeschäft abgefeuert. Gerade nur ein paar Tage nach den zwei Explosionen, die Köln heimgesucht hat, finden wir jetzt solch einen Fall vor. NRW ist gefallen und Köln schon vor sehr langer Zeit. Wir gucken uns die Situation genau an, dass hier offensichtlich auch eine Armlänge Abstand, wie Henriette Reker es 2015 auf 2016 in der Silvesternacht empfohlen hatte, nichts mehr bringt. Und damit Moins zusammen, ich bin Olli für Christian Content, jetzt ein Abo dalassen. Und wir sehen es hier, RTL West berichtet per Ex darüber. In der vergangenen Nacht ist auf ein Uhrengeschäft in Köln, Nil, das ist ein Stadtteil im nördlichen Anteil, geschossen worden. Vermutlich mit einem Sturmgewehr oder einer Maschinenpistole. Die Ermittler fanden knapp 50 Einschusslöcher. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Polizei war am Vormittag noch im Einsatz. Die genauen Hintergründe sind unklar. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zu den Explosionen in der Domstadt am vergangenen Montag und Mittwoch. Wer das nicht mitbekommen hat, ich habe ja über beide Fälle berichtet, Montag genauso wie auch Mittwoch. Das war ja wirklich schon absoluter Wahnsinn. Und damit mit der niederländischen Mokromafia die Ermittlungen laufen. Ja, und wer jetzt glaubt, hier würden jetzt hier die verschiedenen Niederländer da aktiv werden, ja, diese Mokromafia besteht wohl angeblich auch in ein paar anderen Leuten. Aber gut, es ist heftig. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn, was hier mittlerweile tagtäglich bei uns passiert. Und gerade mit mir vor der Haustür hier in Köln ist es einfach nicht mehr lebfähig, nicht mehr normal, was dort abgeht. Wenn man sich das Bild hier vom Fotografen Kempf auch anguckt bei der Bildunbekannte schießen auf Uhrengeschäft in Köln. Guckt euch das mal an. Bam, bam, bam. Hier. Überall. Überall. Überall Einschusslöcher. Da kann man wirklich von Glück sagen, dass da niemand zu Schaden gekommen ist, weil es halt mitten in der Nacht wohl passiert ist, wie die Bild berichtet. Schon wieder. Am Samstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, haben Unbekannte erneut auf ein Gebäude in Köln geschossen. Es ist bereits der vierte Fall in wenigen Wochen. Das muss man natürlich auch noch dazu erwähnen und wissen. Das ist nicht ein dramatischer Einzelfall. Solche Delikte sind sehr selten. Nein, das kann man nicht mehr sagen bei der Situation, die in Köln abgeht. Und wenn man sich nur mal 20 Jahre, 30 Jahre und ähnliches zurückversetzt, ist es eine Großstadt Köln. Keine Frage. Da gab es auch Kriminalität. Ich will das ja nicht irgendwie kleinreden oder sonst was. Aber die Dimension und die Extreme der Taten, wie zum Beispiel Explosionen am helllichten Tag unter der Woche, die sind mittlerweile auf einem ganz anderen Niveau angekommen. Weiter heißt es hier, dieses Mal schossen die Täter auf ein Uhrengeschäft in Köln-Neil. Etwa 30, hier ist das 30, das waren knapp 50, wie viele es auch immer sind. Etwa 30, wahrscheinlich aus einem Sturmgewehr, Einschusslöcher, zählt die Polizei, die am Samstagmorgen mit einem Großaufgebot vor Ort ist. Der Bereich weiträumig abgesperrt. Ob der Vorfall etwas mit den Explosionen zu tun hat, ist jetzt noch nicht bestätigt. Beängstigend, was in Köln passiert. Und ja, genau, da muss man sich vielleicht dann auch mal fragen, wen hat man denn dort als Kölner Anwohner gewählt? Liebe Anwohnerin, die zur BILD sagt, Zitat, es fühlt richtig beängstigend an, was hier in Köln gerade passiert. Wir wurden nachts aus dem Schlaf gerissen, hatten Angst, auf die Straße zu gucken. Erst als die Polizei kam, gingen wir raus, heißt es hier. Tja, das ist nachvollziehbar. Nein, Leute, das sind schon mittlerweile Entwicklungen, die hier passieren. Die kennt man aus irgendwelchen ganz kriminellen Städten, so irgendwo ganz abgelegen und sonst was. Südafrika ist ziemlich kriminell, zumindest einige Bereiche dort, sagt man ja auch immer. Oder auch Los Angeles ist ja auch ein ganz, ganz schlimmes Pflaster geworden mit Überfällen, allem drum und dran. Das ist wie im schlechten Film hier. Wie im ganz, ganz schlechten Film, was hier mittlerweile passiert. Das ist einfach nur noch unerträglich, muss ich sagen. Der Waffenexperte und auch hier, wir sehen es, Journalist und Waffensachverständige, Lars Winkelsdorf, so heißt er, schreibt hier bei X. Die Schüsse in Köln kommen nicht aus Maschinenpistolen. Dort wird inzwischen mit Kalaschnikows herumgeballert, sagt er. Nach der Sprengstoffserie in NRW allerdings kein Grund für politische Reaktionen. Es sind ja keine Messer. Und genau, offensichtlich gehen einige Kandidaten schon hin und bereiten sich darauf vor. Wir bekommen mir jetzt voraussichtlich hier so ein Messerverbot. Ich nehme mir gerne nochmal mein kleines Schweizer Taschenmesser, das mir demnächst halt verboten wird, draußen auf der Straße mitzunehmen. Ich darf mir dann unterwegs, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, nicht mehr mit diesem Messer einen Apfel schneiden, mein Brot schmieren oder ähnliches machen, wenn ich so einen kleinen Ausflug mit dem Fahrrad mache. Denn diese Klinge, die ist 6,4, 6,3 Millimeter lang und nur 6 Zentimeter darf sie dann sein. Die 6,45 Zentimeter sind dann halt einfach gefährlich und zu lang. Du kannst es dir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, was hier eigentlich passiert ist. Es ist wirklich so erschreckend, in was für einer gefährlichen Zivilisation Deutschland wir mittlerweile leben müssen. Und das mussten wir früher nicht. Man kann es nicht wegdiskutieren, dass solche Fälle, dass solche organisierte Kriminalität gerade in NRW wirklich sehr, sehr groß geworden ist. Das ist natürlich auf die Regierung auch mit zurückzuführen, dass man hier nicht adäquat gegen vorgeht. Wo sind Mitleidsbekundungen für die Situation der Explosionen oder wo sind die Mitleidsbekundungen oder auch die klaren Aussagen der Politiker, wie zum Beispiel Henrik Büst als Ministerpräsident, sehe ich ihn ganz klar für solche Taten hier in Verantwortung und genauso auch wie den Herbert Roll als Innenminister. Wo sind die Informationen? Wo sind die großen Forderungen? Wo sind die Strategien, die jetzt von eben diesen ausgearbeitet und uns vorgestellt werden, dass wir hier mehr Sicherheit bekommen und in Köln es wieder sicherer werden wird? Wo ist die Bürgermeisterin? Warum äußert sie sich nicht dazu? Habe ich es nicht gefunden oder wird es nicht getan? Es ist wirklich einfach nur noch unfassbar. Aber gut, man kann natürlich auf der anderen Seite argumentieren, würden die jetzt sich über jeden Fall äußern, dann würden sie gar nicht mehr regieren, dann würden sie sich nur noch über die Fälle äußern, weil es mittlerweile so viele sind. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber so sieht die Realität aus. Und das Schlimme ist, am letzten Montag, als dieser Fall ja passiert ist mit der Explosion in Köln, habe ich ja auch dazu gesagt und berichtet, ja, zahlreiche Sachen. Wir haben so viele Explosionen mittlerweile in NRW, es geht hier drunter und drüber. Wir haben es in Duisburg, verschiedensten Städten, die man alle jetzt aufzählen kann. Guckt euch meine beiden Videos davon nochmal an. Und dann wurde mir direkt unterstellt, ja, ich wohne in NRW, was versuchst du denn da wieder für eine Verschwörungstheorie aufzustellen? Das stimmt doch gar nicht, ist doch gar nichts los in NRW. Genau, genau. Man versucht also noch diese Situation, die jeder mit zwei, drei Minuten Google und meinem Video gucken oder selber googeln und recherchieren nachvollziehen kann. Und wenn diese Person wirklich aus NRW kommen sollte, was ich nicht glaube, wird nur Troll gewesen sein, der versucht mich zu degradieren. Dann ist es aber umso erschreckender, wenn es echt ist, dass diese Person in NRW lebt und nicht mal mitbekommt, weil er sich nicht informiert, was hier tagtäglich, muss man wirklich sagen, in Deutschland, in Köln speziell und in NRW vor allem mittlerweile passiert und los ist. Es ist einfach nur noch erschreckend, denn auch solche Schusswaffendelikte, wie wir jetzt hier sehen, gab es ja auch schon permanent. Wir sehen es hier. Erst vor einer Woche schossen Unbekannte auf ein Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Humboldt-Grenberg. Gegen 4.40 Uhr nachts hörten Anwohner drei Knallgeräusche und allmähten die Polizei. Diese schickte eine Streife zum Tatort in den ganz Hausener Weg. Die Spurensicherung kam dazu und dokumentierte zwei Einschusslöcher in der Glasscheibe und einen Treffer am Klingelschild. Eine Polizeisprecherin sagte, wir bewerten diese Sachbeschädigung als Einschusslöcher. Ja, als was sonst? Dummer Jungstreich mit dem Klingelstreich hat das ja jetzt wenig zu tun. Es wird immer schlimmer, Leute. Und es muss sich etwas ändern. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal, bis zum nächsten und ciao.